Wenn ihr denkt, wir wären in Südfrankreich, dann liegt ja vollkommen verkehrt, denn wir sind tatsächlich in Polen. Man muss gar nicht so weit fahren, wobei die Strecke von uns aus der Brücken wäre genauso weit. Ich würde sagen, wir sind jetzt nicht so nah. Du wohnst im Baltikum und wir haben eins geklärt, wie heißt die See hier? Das Baltische Meer. Das Baltische Meer, deswegen betrachten die sich auch als Baltikaner hier genauso wie Estland, Lettland. Kann ich jetzt nicht genau beantworten, aber wir können ja mal eine Umfrage starten. Komm, wir gehen mal ein ganz kleines Stück da vorne hin. Also es ist für Hunde verboten in den Monaten? Mai bis September, aber wahrscheinlich nur hier am Strand. Wahrscheinlich nur hier am Strand. Aber es ist irgendwie ein Feeling, als wäre man irgendwie nicht hier an der Ostsee, oder? Schon sehr schön. Also nochmal ganz anders als da, wo ich wohne. Der Strand ist viel breiter. Ja, Ostpreußen heißt das Ganze hier. Und wir sind in der Nähe von Danzig und wollten uns das Ganze mal anschauen. Hier wird viel auch gegessen und geschlemmt. Die überhaupt die Küche hier, du kriegst hier deftige Sachen, die werden wir uns heute mal gönnen. Strandkörbe, guck mal, das sieht doch nicht aus, als wären wir irgendwo hier in Polen, oder? Das ist schon schön. Schade, dass wir nur auf der Durchreise sind. Wieso schade? Du hast ja gesagt. Also wir werden heute Abend Danzig mit der Kamera mal ein bisschen unsicher machen. Wir stehen auf einem sehr schönen Stellplatz. Wir werden noch ein eigenes kurzes Video machen. Das ist in Gehminuten, wäre das hier ungefähr, boah, so 10, 15 Gehminuten weg, ist der Strand. Und der Sand, wie würdest du den beschreiben? Wie Sand? Keine Ahnung, ich habe mich noch nicht gefühlt. Ja, aber es sieht doch original aus, als wären wir hier in Südfrankreich, oder? Ja. Nicht wirklich wie anders. Wahrscheinlich ist das Meer ein bisschen anders. Ein großer Langabier. Sehr wahrscheinlich. Ja, wie gefällt es dir in Polen bis jetzt? Das, was ich davon gesehen habe, sehr schön. Du bist ja bisher erst nur durchgefahren. Das heißt, es war niemals deine Absicht, hier irgendwas zu machen, oder? Bei Durchfahren sieht man ja eigentlich nur, dass sie viele Felder haben, ganz viel Fläche, die gar nicht bebaut ist. Aber Danzig hat mich überrascht. Warum? Weil es so hübsch ist. Hübsch? Ich kannte Danzig ja nicht. Und es ist eine sehenswerte Stadt. Die ist sehr schön. Sie ist nicht irgendwie nachträglich aufgebaut worden, sondern alle Häuser, die da sind, sind wirklich alt. Ja, zuerst sieht es auch aus. So, wir schauen uns mal ein paar Sachen an. Das ist der Strand. Badetemperatur, magst du mal testen? Jetzt sind wir mal gespannt. Es soll ja nicht so warm sein. Du wohnst ja in Lettland. Wie ist das Meer da? Ist das sauber? Ja, was habe ich dir gesagt? Das Baltische Meer ist ja quasi der Mülleimer unter den Meeren. Warum? Aber ich finde das jetzt auch nicht, dass man sagen könnte, es ist jetzt unheimlich dreckig. Ich kann dir nicht sagen, wie sauber oder wie dreckig das ist. Es riecht auf jeden Fall nicht. Das nennt sich tatsächlich eines der unsaubersten Meere auf der ganzen Welt. Aber ja. Tja, wenn ihr ein bisschen Kohle investiert, dann könnt ihr euch eine eigene Liege, zwei Liegen und einen eigenen Schirm dann besorgen. Und das Ganze ist ja auch abgesperrt, euer eigener schöner Bereich. Noch schöner ist natürlich hier so eine Liege. Wir gehen mal zurück zum Oscar, denn Hunde sind ja nicht erlaubt. Da vorne ist das Grand Hotel. Da hast du was rausgefunden. Ich suche gerade. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr, sehr schön aus. Das ist sehr elegant von innen. Mal gucken, was muss man denn da hier so. Das muss ich auf den Tisch legen. Das ist ja eigentlich immer das, was zählt im Endeffekt. Aber es ist auch ein Fünf-Sterne-Hotel. Also, es fängt an bei 335 Euro. Es ging mir eher so, wann es gebaut wurde. Ach so, so Sachen, ja. Echt interessiert das die Leute. In Wirklichkeit. Einen Moment. Wie viel Euro? 350 waren es. Ohne Rabatt. About us. So, so Vite. Ja, toll. Das ist eine ganze Kette. Ich kann es dir jetzt nicht sagen. Die Seite ist nicht gerade, ist nicht auf das Hotel hier ausgelegt, sondern das ist eine ganze Kette. Ja, ist auch egal. Auf jeden Fall, hier können wir es mal sehen. Das Grand Hotel und wir gehen jetzt mal was essen. Wir werden euch berichten über Soport. Was rufst jetzt noch mal? Wir finden das noch. Ja, also es hat keine eigene Website. So, da vorne ist der Oskar mit unseren drei Wauwies. Die er hätte wahrscheinlich schon vermieten können, oder? Wahrscheinlich schon. So, jetzt gibt es was zu essen, Oskar. Sag ihr. Landestypische Küche hier. Was hast du denn gesehen auf der Karte? Was hast du denn gesehen auf der Karte? Fisch und Chips. Oh, und Burger. Und Burger. Also, schönes Restaurant direkt hier am Meer. Was mir auffällt ist, die Preise sind hier ganz anders. Das heißt, du hast wirklich zivilere Preise als bei uns in Südfrankreich, wo du irgendwie für einen Schnitzel dann irgendwie 30 Euro zahlst. Ach, wir finden das auch noch. Hier 12 Euro. Echt? Wir finden das auch noch. Halloumi-Käse, Apfel und Sellerie. Genau. Und was hast du? Sieht das nicht geil aus. Das ist eine Käsesoße mit einem weichgekochten Ei, Spinat und Blumenkohl. Sieht man hier. Ja. So, und das ist meins. Und, nee, wir teilen uns das. Oskarten Burger, der sieht auch total lecker aus. Insgesamt muss man sagen, alles ist recht günstig. Das heißt, das ganze Essen hier zusammen deutlich unter 50 Euro. Ja. Und das sind wir so gar nicht gewohnt. Nee, sind wir nicht. Aber es sieht auch so gut aus. Ich muss das jetzt nur gucken, wie wir das hier am besten teilen. Ja, in Zopport kann man essen. Und das ist nur eine von hunderten Möglichkeiten. Lecky Blumenkohl. Wenn ihr Lust habt, nach Zopport zu kommen, dann kommt auf jeden Fall in den Yachtclub. Denn hier gibt es total leckere, ist schon fast nichts mehr drin. Ja, die sah eben noch schöner aus. Bitte? Die sah eben noch schöner aus. Wie war es zu essen? Super lecker. Aber auch Kombinationen von, wie sagt man das jetzt, Produkten? Nee. Inhalten. Oh mein Gott, wie viel. Also zum Beispiel Blumenkohl mit der Soße meinst du, oder? Fang nochmal neu an. Nee. Ja, ist natürlich klar. Ja, nee, es gab zum Beispiel Apfelkompott mit Trauben, mit Sellerie, mit Mandeln. Einwander drin, als Salat. Und dazu dann Halloumi-Käse. Und dann hat man ja die geile Käsesauce mit dem Blumenkohl. Ja, sehr, sehr empfehlenswert. Und noch mit dem Ei oben drauf. Wie war der Burger, Oskar? Gut. Burger war gut. So, wir gehen, zieh mal weiter, oder? Direkt am Strand mit Strandblick. Wenn ihr hier mal unterwegs seid, alles hat hier Historie. Unter anderem hier dieses Gebäude. Ja, was ist die Historie dahinter? Erzähl mir nochmal. Das ist mir gerade nicht eingefallen. Aber es sieht doch alles nicht so aus, als hätten sie das irgendwie wie in Spanien aus der Retorte gedengelt. Nee, man sieht ja auch, dass das Ganze schon relativ alt ist. Aber der Spielplatz ist jetzt auch süß. Jetzt, wo wir ja gesagt haben, wir gehen da hin. Ja, das ist der Spielplatz, so mitten in dem Park. Mit einem kleinen Schlosschen. Ja, aber ganz anders wie jetzt in Spanien, wo du ja dann eine Straße davor hättest, ist hier alles sehr durchgehend. Also, da was meinten, da ist die Straße. Nee, ist ja normalerweise, so ein Spielplatz ist ja nicht jetzt direkt hinter dem Strand. Ach so. Sondern du hast also hier den Strand, hinter der Mauer ist der Strand. Also, was besonders schön ist, da werden mich wahrscheinlich jetzt manche erschlagen, weil die es so toll finden, dass es nicht so warm hier ist. Es ist immer eine Brise. Ja, in der Sonne ist es sehr angenehm, aber man stirbt nicht, wenn man am Strand liegt. Wenn man Glück hat, ja. Es soll ja auch Tage geben. Das stimmt. Also, ich wohne ja in Lettland an der Küste und wir haben so viele schöne Tage, die wird man in Deutschland nicht erleben. Da, ich glaube, ich wissen die meisten Leute gar nicht, dass es da so schön und auch warm sein kann. Ja, kommt nach Sopot und wir fahren jetzt nach Danzig. Danzig bei Tag und Danzig bei Nacht, wenn wir uns reinziehen heute. Gestern waren wir schon in Danzig, haben uns ein bisschen vorinformiert. Wir sind mal krank mal gelaufen, als die Sonne untergegangen ist. Da warst du schon ganz traurig. Aber die Sonne wird auch heute untergehen. Echt? Sicher. Ich würde heute noch mal untergehen. So, abonniert German Television. Wir sind in Sopot in Polen für euch und werden jetzt noch ein Eis genießen. Was wird es denn heute geben für eine Eiscreme? Ich kann es ja nicht genau sagen. Es sieht aus nach Vanille. Ah, die gute alte Vanille. Vanille. Die Vanille, wollte ich gerade sagen. Das ist ein Insider, so haben wir nämlich unseren Sohn beigebracht, was Vanille heißt. Ja, und noch ein paar andere schräge Sachen. Aber er ist trotzdem einigermaßen normal geworden, oder? Ja, tut ja nichts zur Sache. Wir sind in Danzig, Gdansk, wie der Pole sagt, zusammen mit Can und Oskar und einem Wohnmobil. Also Reisen mit dem Wohnmobil hat einen Vorteil, wenn man ein eigenes Auto dabei hat, oder? Ja, finde ich auch. Oder ein Wohnwagen. Oder ein Wohnwagen. Man kommt überall gut hin. Ja, Wohnwagen mit Zugfahrzeug wäre auch super, oder? Ich finde es aber irgendwie cooler, dass alles in einem ist. Das gefällt mir ganz gut, wenn man ein Auto mitnehmen kann. Hast du zu Hause auch eine Schwenkbrücke? Nee, die gibt es, glaube ich, nicht nur hier, aber habe ich so noch nicht gesehen. Es gibt zwei Danzige. Es gibt das Danzig tagsüber, was wir jetzt erleben. Und es gibt es heute Abend, das werdet ihr später sehen. Das stimmt. Bin mal gespannt. Wie süß die jetzt alle hier warten. Komm, wir gehen mal hier rüber. Dann kann man sehen, wie die alle hier anstehen. Denn alle wollen rüber. Altschatt ist es sowieso alles. Aber der Hafen, der ist hier getrennt über Lagerhäuser. Und der Übergang zur Brücke, die wir auch schon gelaufen sind gestern. Es gibt mehrere Brücken. Es gibt diese Schwenkbrücke. Und da gibt es eine drehende Brücke, die ist auch ganz spannend. Die werde ich euch später mal zeigen. Ich fand es ganz gut, dass wir gestern schon mal da waren und uns so ein kleines Bild vorab gemacht haben, oder? Bei Tag sieht es sowieso normalerweise ganz anders aus. Ganz anders. Wo ist eine Eisdiele? Wo ist eine Eisdiele? Also was man hier alles machen kann, ist gut essen. Ja, das stimmt. Ich habe das Gefühl, fast nur das. Hier ist ein Restaurant nach dem anderen. So, Brücke wird freigegeben. Sicherheit zuerst. Und jetzt dürfte sich hier das Ganze ein bisschen auflösen. Ja, Danzig im Juli 2024, um genau zu sein, am 31. Juli. Jetzt geht es in den August. Das heißt, die Tage werden kürzer. Merkst du es schon ein bisschen? Noch nicht, oder? Nö, noch gar nicht. Sollen wir darüber gehen oder erst das Eis essen? Schwierig. Gar nicht so viele Deutsche hier. Du hörst die eine oder andere deutsche Stimme, aber die meisten sprechen ja polnisch. Das hat mich ehrlich gesagt verblüfft. Warum? Das habe ich eben nämlich auch schon zu mir selbst gesagt. Dass ich es schon krass finde, wie viele Einheimische, das sagt man ja nicht so. Wie nennt man das? Einheimische. Einheimische? Aber die wohnen ja hier. Urlaub im eigenen Land. Ja genau, dass das hier so groß geschrieben ist. Es ist eine der schönsten Städte der Welt. Und guck dir das allein mal hier an, wie du hier ein bisschen schulden kannst. Und dann bist du also hier. Guck mal hier. Die Stadtrundfahrt sagt dir die ganze Zeit. Was ist der Preis für die Stadtrundfahrt? Was zahlst du? Ungefähr. Wir haben eine Option für eine halbe Stunde. Halbe Stunde. Und eine Stunde. Wir haben einen Audio-Guide in Deutsch. Ich kann dir einen Discount geben und wir können über 300 Personen gehen. Oder wir haben wie viele Personen? 3. 3 Personen. Also wir können über 400 alle Familien, eine Stunde, eine private Städtour gehen. Und nicht auf diese Golfkarte, wir haben einen größeren Bus. Okay. Sehr gut. Danke. Ja, also 300. Dann zahlt man. Also gut. Nee, Slotty. Swatte. So und überall hast du natürlich Hunde. Jan, die große Frage ist, was ist das für eine Rasse? Pinscher. Pinscher. Okay. Und überall gibt es hier süße kleine Stände. Schau mal. Dann brauchst du die nicht mehr zu sammeln. Die guten Moscheln hier vom Meer. Die kommen noch von hier, oder? Oder aus China. Oder aus China. Gut. Also Taschen, dann kannst du hier so eine Bootsreise kannst du buchen. Überall gibt es hier Schmuck. So kleine Büdchen hier. Bisschen Kunst. Was schaust du nach? Ich suche nach einem Kaffee, weil ich wollte mich ja eben nicht hinstellen. Also suche ich jetzt das beste Eiskaffee. Ist ja auch wichtig, dass man das weiß, dass es hier ist. Zum Abnehmen kommen die wenigsten hierher. Glaube ich auch nicht. Aber du kannst es ja dann wieder am Karussell abschaukeln. Ja, Gofre. Es kommt vieles aus dem Französischen. Du hast es gestern mal gegoogelt. Die polnische Sprache, ein Mix aus lateinischen Sprachen. Oh Gott. Da sind so viele Sprachen. Deutschen, allemannisch, alles. Russisch. Alles mögliche ist mit dran. Aber hier ist zum Beispiel Gofri. Also Gofre heißt ja auf Französisch Waffel. Das kommt mir bekannt vor. Ja, ja. Stimmt. So, Kava heißt? Keine Ahnung. Weißt du es? Nee. Gut. Lass mich mal mal offen. So, und hier vorne ein großes Karussell. Tja, der Trick ist immer, wenn du irgendwas nicht haben möchtest, dich jemand auf der Straße anspricht, beim Restaurant, sagst du einfach nur, haben sie Pierogi. Und dann sagen die, nein, haben wir nicht. Und dann kannst du weitergehen. Genau. Was du überall hast, sind Plätze, wo du einfach kostenlos sich hinsetzen kannst. Hier, gesponsert von Coca-Cola. Es gibt so einen kleinen Krieg hier zwischen Pepsi und Cola. Das kennen wir gar nicht mehr. Der ist ja bei uns irgendwie gewonnen durch Cola. Aber hier trinkt man in Polen ganz viel Pepsi. Und die sponsern dann solche Ecken direkt am Meerausläufer. Und hier sind die Boote, die wir schon gesehen haben auf dem Meer, in der angrenzenden Baderegion. Da kannst du dich dann einkaufen und kriegst zu essen, zu trinken und machst du eine Tour auf der Baltischen See. Dann ist das sicher die Baltische See hier, bevor ich dir irgendwas erzähle? Nein, wenn du raus wärst, meine ich, aus dem Meer. Ich glaube schon, ja. Es geht doch alles ins Gleiche Meer. Ostsee genannt. Ostsee. Also das hier ist bestimmt kein Schiff des Mittelalters. Die China hat was gefunden. Das hier ist ja auch. Wow. Das heißt, du gehst hier einfach so einen Torbogen durch. Und dann hast du den Einblick auf eine ganz historische Stadt. Die Häuser sehen interessant aus. Bitte? Was sagst du? Die Häuser finde ich interessant. Das sehne mich ein bisschen an Holland, weil die da auch so eng und hoch gebaut haben. Guck mal, wie ein kleines Hausland ist. Das ist ja gerade mein zwei Fenster. So, wen haben wir verloren? Niemand. Ah doch, niemanden. Ja, eine typische Hansestadt. Gestern haben wir eine schöne Ratte gesehen, weißt du noch? Ja, die war so schön. Und eine Maus. So, überall Stände. Jetzt wollen wir da mal rein. Ja, wir gucken jetzt mal. Das sind die von gestern Abend, oder nicht? Ich glaube, das sind überall Stände. Das ist schön hier. Ja, finde ich auch. Ja, wir haben Glück mit dem Wetter. Ich frag mich gerade, ob das hier alles so Einzelhandel ist. Also was mir auffällt, das sieht zumindest mal nicht so aus, als wäre alles direkt aus China. Von Temu. Ich habe so ein kleines bisschen den Eindruck, dass die Zeit langsamer hier geht. Nicht so schnell wie bei uns. Ja, wir haben eben mal nachgeschaut auf der Karte. Wir sind gar nicht so weit weg von Russland, von der Enklave. Ich weiß gar nicht, wie weit. Kaliningrad. Schon nochmal den gleichen Weg, den wir schon gefahren sind. Also Königsberg. Und das ist ja jetzt fest in festen russischer Hand, hier ungefähr 100 Kilometer weg. Alles ändert so ein kleines bisschen da dran. Ja. Ach, es macht mir so einen Eindruck, als ob wenig zerstört worden ist hier in Gdansk im Zweiten Weltkrieg. Ja, das hast du hier ganz oft in Deutschland nicht. Also wenn Städte zerbarmt worden sind, die Innenstädte neu. Das sieht nicht so aus. Nee. Du hast ja in Trier, hast du gewusst, dass in Trier die Innenstadt, bist du ja geboren und ich auch, dass dort die Innenstadt komplett neu aufgebaut worden ist. Da stand kein Haus mehr auf dem anderen. Nee, das weiß ich nicht. Sogar die Kirchen teilweise zerstört. Also alles, was du dort in Trier siehst, ist eigentlich vom Kern her neu. Die Can meinte gerade eben, das war jetzt ungefähr so ein halber Kilometer Stände. Und dann sagt die Can, ist das hier eine Endlosmeile und wir gehen mal hier rüber. Jetzt gehen wir um die Ecke und es fällt gar nicht auf, aber da wäre ich ja nicht stehen bleiben können. Aber guck mal hier, du guckst hier in die Richtung. Ja. Da hinten sind ganz viele und guckst in die Richtung und das ist das gleiche in Grün. Stände über Stände. Hier riecht irgendwas lecker. Irgendwas riecht hier lecker. Ich muss noch gucken, was es ist. Duftöle. Das ist unsere Planung für den Feuerplatz und Diffizur Bar. Kommandant mit mir. Du hast dieses kleine Feuerplatz in deinem Haus, also du musst dir ein bisschen mehr hier drücken, dann rein es. Du kannst auch... Ja, ich habe einen Diffizur. Ja, es ist Diffizur als auch. Also für die Reste, für den Bus, für den Fahrrad, für die Wartdrufe. Ja. So gut oder was? Nicht so gut. Wir haben auch ein bisschen mehr Abadie, ich zeige euch hier. Das ist ein bisschen. Ja, ich meine ein bisschen. Das ist mit Bergamot, Langhi Lang und Pachaui. Die schmecken gut. Ja. Wir haben auch etwas für die Fäße. Das ist hier, das ist ein Fäße Serum, mit ein bisschen Gold inside. Es ist basiert auf Prickly-Pur, mit Stemzellen, mit Pallonic Acid. Also, du musst eine sehr hohe Haut haben. Ja. Das klingt so gut. Ja. Wenn sie es jeden Tag macht auf ihrer Haut. Ja, Prickly-Pur ist sehr gut. Ja. Ich habe eine Serum und Prickly-Pur. Ja, das ist der beste Öl, nicht chemidogenisch und sehr moisturizing. Was ist das eigentlich? Ist es ein Kaktus? Ja. Ja, es ist. Womit die uns die Frage beantwortet wäre, welche Sprache man nicht spricht, Englisch. Ja. Du sprach sehr gut Englisch. Ah, danke. Wir haben nie in Polen gefahren, für real. Ich bin nur durchgefahren. Ah, okay. Ja, also es ist eine neue Erfahrung. Ja, das ist unsere Polen-Brand, Tova. Gibt es sogar jetzt ein CBD. Irgendwie gibt es alles ein CBD. Schon wieder hängen geblieben. Ja. Ich kenne sie, super cute. Wissen nicht. Bernstein, schau mal hier. Das ist bekannt hier. Aus der Region wird viel Bernstein auch gefunden am Meer. Das kannst du teilweise am Meer noch finden. Wissen, da sind überall Bernstein-Stücke. Ah, right, you can find them in the sea. Sometimes, I think. I found them in Latvia. Amber? Amber, yeah. At the seaside. Dainz. Hm? Dainz. Das kommt hier aus Danzig. Nein, es kommt hier aus Danzig. Okay. Aber meine Oma, die hatte damals welche, die war ja oft in Danzig, direkt an der Ostsee gefunden. Das Bernstein. Ja. Man sagt ihm magische Kräfte nach. Man wird dadurch hübsch. Ja. Okay. War ein Scherz. Dan, ich habe ein nettes Detail gefunden, wie alt die Häuser sein könnten. So was kann man nicht erfinden. Das hier ist ein Bakelit-Schalter. Ich schätze mal aus den 30er Jahren. Krass, der ist einfach in der Hauswand drin. Was er geschaltet hat, da unten ist auch ein Schlüssel drin. Siehst du denn? Ich frage mich, was wir damit jetzt aussteigen. Ach so. Wenn ich mal umdrehe. Das ist wahrscheinlich das ganze Mobilfunknetz in ganz Polen. Ich gehe ja in einen Moment. Mach mal. Das ist nicht gut im Leben. Nee, 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 nee. Ich traue mich nicht. Also die Straße ist absolut mega. Die haben es zumindest mal erlaubt, nicht nur zu Weihnachten irgendwelche Stände aufzustellen, sondern auch einfach mal so. Hier unter anderem Kunstgalerien stellen wir aus. Es geht aber noch weiter. Die ganze Innenstadt ist voller Stände. Das ist eine Qual, ohne Geld. Wie ohne Geld? Ja. Hast du dein Geld vergessen? Ja. Oh, ich würde dir so gerne helfen. Nee, würdest du nicht. Warum nicht? Mirror Cubes geht aber weiter. Nach dem 1204. Stand gibt es jetzt die Stände 1205 bis 1317. Wo steht denn das? Das steht hier nirgendwo. Aber hier steht 933. Hast du schon gesehen? Die Standnummer. Also das ist Standnummer 933. Hier kommt Stand 900. Ich liege gar nicht so falsch. 932. Mal gucken, wenn da hinten ist, was wirklich wichtig ist. Eine Küche. Das kann man essen. 550 Gramm Fisch and Chips. Und Kartoffelpuffer. Dann, ich habe rausbekommen, was Kava heißt. Kaffee. Das hier, das macht mich wahnsinnig. Was? Zu viel Stände. Ja, das macht mich wahnsinnig. Es geht noch weiter. Die ganze Stadt ist so gekleistert. Das ist geil, oder? Nee. Aber hier, es geht noch weiter. Guck mal nach links. Ich habe gehofft, dass es aufhört jetzt. Wie, dass es aufhört? Es hört nicht auf. Es wird nie aufhören in Danzig. Gib mir mal deine Kreditkarte. Es geht so nicht weiter. Mit dem Oscar haben wir jetzt ein paar bunte Strähnen. Also liebe Leute, wenn ihr den Kanal hier schaut, ihr müsst nach Danzig kommen. Das ist ja möglich, oder? Das hast du gerne Neon-Gelb, Neon-Pink. Da steht keins davon. Achso, Strähnen hier vorne. Unglaublich. Also zum Abnehmen darf niemand hier nach Danzig kommen. Ich zeige euch mal gerade diese kleine Pfanne hier. Mit Sauerkraut und frischem Gemüse und Würsten. Deftig wurde hier gegessen. Da würde ich jetzt so gerne rein. Mach's auch. Okay, ich fähle jetzt raus aus dem Markt. Okay. Nein, hier, hier noch. Ich glaube, die ganzen Temo-Sachen würden hier so untergehen. Ich glaube, die ganze Temo-Sachen würden hier so untergehen. Das heißt, du suchst jetzt nach Wegen und aus dem Bütchen. Ja. Also ich stand gar nicht so, ich war gar nicht so falsch, als ich sagte. Es gibt über 1000 Bütchen. Das gibt mehr. Das könnte hinkommen. Das war ganz shake. Ich bin nicht wieder aufs acke. Ich hab damit ein sehr star Police. Das war in den recently show. Ich weiß also das. Das war' particulate Harri 아무�-Sachen würde hier dochkommen. Ich weiß nicht mehr. Ich weiß nicht mehr. Ich weiß nicht mehr. Ich weiß nicht mehr. Vielen Dank. Wir haben hier mal ein bisschen umtelefoniert für große Autos. Es ist in Danzig ein bisschen schwer, aber ein Ort weiter hat sich dann auch einen Platz gefunden für Fahrzeuge doch über 10 Meter. Da haben wir ja das Schmuckstück, eine Drehbrücke, die kommt hier raus und dreht sich komplett, damit der Schiffsverkehr hier durch kann. Von der Mittelinsel, nette Konstruktion. Und wir können gleich rüber gehen. Und da haben wir ja auch hier. Und da haben wir ja auch hier. Schlepfe Jetzt wird sie gelockt und dann sollten die Tore aufgehen und die Leute waren schon ganz gebannt. Etwas flachere Boote können natürlich nochmal drunter durchfahren. Das ist ein bisschen besser. Das ist ein bisschen besser. ZDF-Geräusche Und überall siehst du natürlich noch Wurzeln hier aus Deutschland. So ist Gott behagt, besser beneidet als beklagt steht über dem Eingang. Dieses Café ist hier und die Can hat ein bisschen gegoogelt, das soll eines der besten Cafés hier sein. Ja, das hat eine sehr gute Bewertung und ich glaube, das sieht auch ziemlich cool aus dann. Muss ich mal reingucken, wenn wir reinkommen. Ich bin mal gespannt. Da geht es hier so hoch. Hier können wir noch draußen sitzen. Und dann... Gut an die Decke. Noch ein Rund. Ich habe mich voll erschreckt. Da gibt es ja auch Kuchen. Ja, da haben die Ecke, das ist noch Rund. Ich hoffe, wir sind nicht zu spät. Es gibt noch ein paar. Ah, da ist auch noch Kuchen. Der sieht doch lecker aus. Komm, ich gehe mal hier mit den Mäusen. Hier hat doch ganz andere Ansichten. A, nicht so teuer. Ich weiß gar nicht, wie teuer ist das jetzt denn? Ich habe es eben schon erwähnt. Drei Kuchen, drei Getränke, 25 Euro. Ja, okay. Ja, es geht. Und der Kuchen sah richtig lecker aus. Ja, mit den Schwiegereltern habe ich ja gesprochen. Da habe ich dann gesagt, naja, ist das preiswert? Da haben die gesagt, nee, das war früher. War das hier so richtig preiswert. Echt? Ja, da war das alles ein Drittel von dem, was es jetzt kostet. Ich finde es jetzt schon preiswert. Also, ich glaube, wahrscheinlich, wenn wir gerade aus Holland kamen. Komm. Und hier oben ist die Sonne. Hat aber nicht mehr so viel Power. Es ist kurz vor sechs. Es ist trotzdem warm. Heute sind es 25 Grand. Ja, nehmt bitte Danzig wahr am Abend. Bleibt dran beim Video, denn gerade abends macht es besonders viel Spaß. Hier sind wir in der Bernsteinstraße. Dass man hier mit etwas suchen sogar direkt am Meer findet. Guck mal, so ein kleiner, kleiner Bernstein. Kannst du auch jemanden da schlagen, wenn du. Sehr beliebt. Also Leute, wenn man gerade einen Finger daneben hältst, dann sieht man mal, wie groß es ist. Das ist ein großes Stück. Ja, Bernstein war früher in den 1900er Jahren sehr beliebt. Aber 1800er. Meine Oma, die hat immer erzählt. Ich finde Bernstein immer noch schön. Findest du nicht? Was hat deine Oma erzählt? Die hat Bernstein selber gefunden. Hier in der kurischen Nehrung. Und hier überall wird in den Straßen Bernstein angeboten. Also du kannst Bernstein auch am Strand finden. Aber so mini, mini, mini Kügelchen davon. Hast du gefunden in Lettland? Ja, habe ich auch zu Hause ein paar. Man weiß aber nie, ob es Bernstein ist. Man soll es mal anzünden, habe ich gehört. Wenn es brennt, ist es nicht echt. Ich weiß mal nicht, was es dann ist. Das ist dann jetzt die Frage. Oh, sind die süß? Ja, Bernstein ist doch wunderschön. Passt irgendwo zu Gold. Die verkaufen das schon ewig hier. Ja, ich glaube das. Aber alles hat so ein bisschen was von Harry Potter hier. Oder? Ja, das stimmt. Schon sehr. Die hat uns so in ihren Bann gezogen, dass wir alles mit Harry Potter vergleichen. Ja, aber wo hast du denn eine Stadt, wo solche altertümlichen Straßen noch vollständig existieren, die nicht zerstört wurden durch irgendwelche Kriege? In Brügge. In Brügge. Aber nicht so weitläufig, oder? Nein, das stimmt. Ich finde es schon echt sehr schön. Die kannst du ja stundenlang durchstangen. Oh, guck mal hier, die Bernsteinketten. Das sind die kleinen Bernsteine, von denen du gesprochen hast. Das sind so Ohrringe. Die Ohrringe? Damit man das mal, nicht dass ich erwägen würde, dass ich die toll finde. Ist das Ohrringe oder Ohrringe? 60. 60 sind dann. 60 durch 4. 60 durch 4. Sind? Sind. 13. 13. 4 mal 10 sind 40, 3 mal 4 fast. 14. 13,99999999. Das ist ja gut. Du kannst teilweise in den Stücken noch Insekten sehen, die eingeschlossen sind. Uralte Vorfahren, die überrascht worden sind, hier vorne sieht man es ganz gut, siehst du die? Überrascht worden? Ja siehst du die Arme, da eingeschlossen. Oh nein. Da kam dann die Bernstein-Lava und hat... Bernstein-Lava? Woraus besteht ein Bernstein? Keine Ahnung. Ich auch nicht. Guckt nach bei Wikipedia. Das ist eine alte Bernstein-Lava. Ja, aber irgendwie müssen die ja da reingekommen sein. Hast du eine Ahnung, wie das funktioniert mit dem Bernstein? Ich glaube, ich muss mal kurz googeln. Ich würde sagen, es ist ein Stein. Ja, google mal. Das ist ja schon fast peinlich. Aber man hat sich ja noch nie Gedanken darüber gemacht. Ja, was ist Bernstein? Wo kommt es her? Hey Siri. Ich kann gar kein Deutsch. Also was ist Bern... Ich weiß auch gar nicht, was Bernstein in Englisch ist. Weißt du es? Amber. Amber. Ah ja klar. Also... Ah, okay. Das hätte ich sogar beantworten können. Was denn? Das ist Baumharz. Baumharz? Ja. Ich wusste es eigentlich. Der David hat mir das mal erzählt. Da war auch ein Stück... Das macht auch Sinn, siehst du, hier sieht man, dass da mal dann ein Insekt drin ist. Wenn das dann dummerweise gerade da reingelaufen ist, ne? Ah, okay. Eine gute alte Bernstein-Lava. Ja, aber es ist ja vergleichbar, oder? So ein kleines bisschen. Ja. So, was ist das für eine Kirche? Guck mal gerade, Can. Ja. Schöne. Danke schön. Can, was ist das für eine Kirche? Ähm... Entschuldigung? Was ist das für eine Kirche? Marienkirche. Marienkirche? Marienkirche. Marienkirche. Die Marienkirche. Ja, große Marienkirche. Ja. Evangelisch natürlich. Wahrscheinlich, ja. Ja, ist so. Echt, wieso? Schlicht, der schlichte Baustil. Ach, das ist schlicht, okay, ich verstehe. Das ist schlicht, ja. Ja, ich sehe. Guck da mal nach. Gib da mal eine Marienkirche in Danzig. Das ist nur 50 Meter hoch. Gib da mal einmal kurz einen. Ne, mehr. Wie hoch wird das Ding hier sein? Das sind ja keine 50 Meter. Das sind mehr. Mehr. Ja, das sind 53. Marienkirche in Danzig. Ups. Ich hab auch schon den Schweres angeben. Und? Hier. Sankt Marys Church. Das ist aber noch nicht. Die hat auch die schöne Uhr vorne dran. Von der anderen Seite. Es ist aber noch vorne dran eine andere Kirche. Charles wird es wieder polnisch. Macht doch nix. Lacht übersetzen. Guck mal Wikipedia. Da steht ja. Da ist es. Da steht es. Siehst du? Basilika. Auf der Assumption. Ja. Und wo steht es? Die. Die heilige Maria ist es hier. Is a brick gothic catholic church. Katholisch. Sorry. Ah. Ha 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 ha. Krass. Yes. Kann man aber alles besser kriegen, indem man so einen Stadtführer bucht. Also ich hätte gerne ein paar ganz schön Ohrringe. Hättest du die gerne? Ja. Frag doch deinen Mann, ob der bereit ist. Wo? Nee. Komme hier Segelstiffe aus? Ich hab doch den Sugar Daddy. Mich. Schatz, komm doch mal bitte. Na toll. Hat dir wenigstens der Urlaub gefallen mit deiner Schwester? Ja, das war sehr schön. Natürlich. So, für alle, die sich wundern, warum sind wir in Danzig. Es hat einen schlichten Grund. Wir wollen Bernstein kaufen in größeren Mengen und haben einen Anhänger mitgebracht. Ist das so? Ja. Das ist die, die ich mir dann leisten kann. Bernsteinseife. Das ist die, die ich mir dann leisten kann. Bernsteinseife. Bernsteinseife. Ah. Wenn man vom Teufel spricht, ruft sie an. Wer? Sophie. Ja, geh mal ran. So, hier vorne. Da geht's dann noch weiter. Ich hab gerade von dir geredet. Ja, du, sie ist auch gerade live drauf. Ja. Warum bist du etwa unterwegs? Wir sind ja mit dem Auto unterwegs. Wir haben immer zwei Tage, ne, einen Tag Zwischenstamm. Sophie. Sophie ist ja die Zwillingsschwester und sie ist gerade in Kansas City wieder, oder? Wann bist du seit ihr angekommen? Halb ein, glaub ich. Ah, ok, krass. Wie viel Uhr ist es jetzt? Zwei, drei? Zwei, drei. Ne, weniger. Ne, weniger. Ja, soll ich gerade sagen. So, ihr könnt mal ein bisschen reden. Ich zeig mal hier die Marienkirche. Hier. Immer so kleine Gassen, hier ein paar Freiflächen. Ihr müsst nach Danzig kommen. Also, wer noch nicht in Danzig war, der hat wirklich was verpasst. Tja, die will ich nicht putzen, würden jetzt die Deutschen sagen, die Fenster. Ich schätze mal, die sind ungefähr so, boah, 20 Meter hoch. Aber so sind sie ja, die Deutschen. Die sagen nicht schönes Fenster, sondern die sagen, die Fenster will ich nicht putzen. Das ist das von der Sophie. Wenn die Leute zu denen kommen, die haben zu viele Fenster. Ja, die würde ich aber nicht putzen wollen. Sag mal, der Flug war jetzt wie lange von Irland bis? Wir sind ja nach Toronto. Ja, wir waren ja unterwegs von Luxemburg nach Dublin, haben da eine Nacht beschlafen, dann sind wir nach Toronto weitergeflogen, haben da zwei Nächte geschlafen. Hatten uns auch überlegt, weil die hatten uns angeboten, dass wir Flug, so einen Kredit bekommen, können wir den Flug irgendwie noch verlegen auf den nächsten Tag oder so. Das ist noch, ja. Und dann haben wir das aber doch nicht gemacht, aber das war auch anstrengend an dem Flughafen in Toronto. Aber Toronto war voll schön. Warum? Wir waren da auf der Insel. Wir haben ja Inseln direkt. Das wusste ich noch nicht mal. Und dann haben wir eine kleine Bootstour gemacht und waren am Strand ein paar Mal. Ja, aber es sah schön aus. Die Bootstour ist bestimmt cool gewesen. Wir gehen eventuell heute auf so ein Piratenschiff. Echt? Ja, die haben die Piratenschiffe. Die Piratenschiffe. Das ist das Land der 1.000 Verkaufsstände. Oh ja, eben habe ich die Krise bekommen. Entweder hätte ich was kaufen wollen, hatte aber kein Geld. Also mussten wir durch 1.000 Stände, ungelogen 1.000, sind wir hier durchgelaufen. So ein Markt. Genau, hier gibt es so einen Markt. Und wenn du mal nach rechts guckst, da fängt es schon wieder an. So ein Markt. So die ganzen Straßen sind komplett voll. Und dann nur ein Stand nach dem anderen. Und nur Leute, die in Polen ansässig sind, glaube ich, mit ihren kleinen Läden sind hier angesehen. Das ist eigentlich schon ganz cool, aber ich kann mir nichts mehr kaufen. Das sind drei Städte. Ah, okay. Kann ich das sehen? Ja. Das ist Babeczka. 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 Okay, ich brauche einen. Das ist so gut. Machst du mir einen guten Preis? Natürlich. Natürlich. Farbe. Farbe, John? Für die Malena. Ja, ja. Für die Malena. Für die Magena. Ja. 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 Ich habe noch so Pette mitgebracht. Ähm, würde ich sagen rosa. Rosa? Ja. Nee, ich glaube eher den Pulli. Für... Ja, Pulli. Das ist ja für die Mama weiß. Nee, wobei rosa macht sie aus. Ja, der rosa sieht aber echt geil aus. So, jetzt ist nämlich Sonnenuntergang und das sieht ja wohl mega aus. Alles hier in Gold getaucht. I'm a free city babe. Die Sophie sieht mich nicht. Nee. Trägt den Knopf nicht drauf. Was meinst du, passt der ihr? Ja, der passt ja. Oder eine Nummer größer? Nee, auf keinen Fall. Sicher? Ja, passt. Du hast ja viel mehr Oberkörper. Ja, passt. Hey, do you also have a one size bigger than light? Ja. Oder ist light the biggest one? Ähm, no. Was haben wir denn hier? Ich glaube den wohl krankesten Bonbonladen, den ich je gesehen habe. Ja. 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 Tja, an so einer historischen Fassade kann auch eine Zockerhöhle sein. So einer historische, die hat man lernen und sie pra сыnt. Da ist er auch eine da sensationellste. Ja. 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 Meine Mutter, sie muss sozusagen gar nicht mehr raus auf personen. Nein. Die gucken wie gerade aus,'m laten sehen. Und sind sie ja mit den Poncaten. So mitten in so einem denkmalgeschützten Haus. Ich frage mich, ob der Oskar alle reintreffen würde, jetzt wo er Basketball spielt. Wir werden es nicht erfahren, wir haben kein Bargeld. Der Oskar meint, man kann mir Kreditkarte bezahlen, das haben wir schon gecheckt. So, wir müssen. Wow, hast du so eine Innenstadt schon mal gesehen? Nein, tatsächlich noch nicht. Ich weiß gar nicht an was mich das erinnert. Ich denke irgendwie an ein Disney-Movie oder sowas. Irgendwie total surreal, oder? Ja, das ist schon sehr schön. Aber auch die ganzen kleinen schmalen Häuser, die riesengroß sind. Die Fenster willst du auch nicht putzen wollen, oder? Nee, ist schon okay. Glaubst du, da kommt jemand einmal im Jahr und putzt alle Fenster? Was mir aber auffällt ist, dass du hier kaum irgendwelche Ketten hast. Weißt du, die Innenstädte sind ja normalerweise immer total mit Ketten voll. Ich kann mir vorstellen, dass es das wahrscheinlich auch noch irgendwo gibt. Ich habe gerade eben eine mit einer normalen Tüte gesehen. Was ist denn eine normale Tüte? Mit einer Ketten-Tüte von, keine Ahnung, New Yorker. Das muss es hier auch irgendwo geben, aber es gibt zu viel zu entdecken. Das schafft man an einem Tag, glaube ich, gar nicht. Was ist denn eine andere Ketten-Tüte? Vielen Dank. Das licht schon. Ich habe gerade überlegt, ob wir mal da drinnen nach einer Christkornkugel für die Schnee. Was sammeln sie? Schneekugeln. Nee. Die Marlene. Also kommt nach Danzig. Guckt euch das selber an. Allein schon der Boden hier. Okay, sehr schön. Die Bodengehqualität ist hervorragend. Ja, nicht nur das, sondern das sind richtige Quader. Platten hier liegen, Naturstein. Komplett die ganze Innenstadt durch. Das heißt, mal eben aufmachen und die Kanal... Geht nicht. Geht nicht. Noch nie zu. Nein. Ich wusste nicht, dass die unten Pedale hat. Das ist ja wie bei einem Klavier. Das ist ein Klavier. Eine Hafe, ja. Das ist ein Klavier. Das ist das gleiche Prinzip. Ja, im Prinzip schon. Warum wippst du das? Oder aus ästhetischen Gründen? Boah, ist das sensationell. Du läufst unter so einem Tor durch. Boah, wie sensationell. Abendsonne. Das blende natürlich ein bisschen. Ihr könnt an der Länge meines Schattens schon mal sehen, wie tief die Sonne steht. Da sind die Hunde. Und du läufst unter so einem Tor durch. Und nichts ist irgendwie künstlicher baut, sondern dieses Tor sprengt doch alles, oder? Ja. Ich finde aber auch die Häuser hier an der Seite. So schön. Schöne Verwandlung. Oh ja, riesengroßes Tor. Und dann hast du eine Straße, die geht so gute zwei Kilometer weit. Planieren. Es ist so asozial schön. Ihr müsst nach Danzig kommen. Jetzt bin ich mal gespannt, was hinter dem Tor kommt. Die Leute sind auf jeden Fall alle am Filmen, weil hier der Sonnenuntergang gerade läuft. Ich kriege das hier mit der kleineren Kamera nicht so gut hin, im Gegenlicht. Aber so, tschüss. Einkaufsstraße. Ich glaube, ich habe euch nicht so viel versprochen. Es geht gleich in den Abend rein. Wir haben uns das gestern ja schon angeschaut, den Abend. Und ich weiß jetzt auch, wo wir sind wieder. Ja. Ich habe auch gerade ganz kurz die Orientierung verloren. Aber die Straße hier haben wir, glaube ich, haben wir die schon gesehen? Die haben wir schon gesehen. Ah, okay. Da vorne ist die Schwenkbrücke. Siehst du die? Ja, genau. Also, es gibt ja eine Brücke, die habe ich euch eben schon gezeigt. Die schwenkt so zur Seite weg. Die ist da vorne. Und dieser Teppich, den ihr seht, der ist, das sind Algen. Und hier geht es dann über die Brücke in den Part, wo das Riesenrad steht. Immer mal gecheckt, ob der Hund noch dran ist. Dantzig am Abend. Es gibt nicht nur schöne Straßen, es gibt auch viele schöne Restaurants. Es haben wir ein bisschen gewartet. Die Sonne ist untergegangen und es lohnt sich auch abends hierher zu kommen. Denn, schau dir das mal links hier an. Ein Restaurant nach dem anderen. Aber die sind, finde ich zumindest, in Polen scheinbar auch ganz gute Köche. Weil bisher, was wir gegessen haben, war alles sehr lecker, ne? Alles frisch gemacht. Also, du hast nicht so das Gefühl, das ist hier Convenience. Dass es nach fünf Minuten plötzlich rauskommt. Ja. Und dann weißt du schon, was passiert ist. So, hier vorne gibt es... Das sieht auch sehr schön aus, wenn man da reinguckt. Also, irgendwie... Weißt du, was mich traurig macht? Ja. Das ist immer, dass die Kamera das nie so einfangen kann, wie schön es eigentlich aussieht. Und das geht gar nicht. Das müsst ihr alle mal sehr oft beikommen und euch das mal anschauen. Allein die Schirme hier überall. Aber Danze, guck dir mal diesen Wechsel von dem ganz Neuen und dem Alten an. Mit wie viel... Finde ich aber geschickt gemacht, weil die noch Backsteine mit reinbauen. Aber mit wie viel Bedacht die das Ganze hier geplant haben? Schau mal, alles passt zueinander. Ohne dass du so diese deutsche Hypergründlichkeit... Ich glaube, dass es den Leuten total wichtig war, dass es eben passt, oder? Ja. So, was extrem hier ankommt, sind die Hunde. Sag mal, gibt es die Hunde nicht hier in Polen eigentlich? Die Windhunde, die Kleinen? Aber die sind hier der Oberhit. So, das hier mit den Schirmen auch lieb gemacht. Aber umso mehr du in den Osten gehst, umso mehr lieben die entweder Schäferhunde oder richtig kleine Hunde. Von daher... Ja, ist sehr schön. Speisekarte mal durchgeguckt. Du bist ja gar nicht so der polnische Fan. Und du warst bisher... Hast du eigentlich alles, was du gegessen hast, war irgendwie italienisch, Pizza? Ich weiß nicht, ob das, was wir heute gegessen haben, polnisch war. Ist Blumenkohl mit Spinat und einem halbgekochten Ei umdrüber polnisch? Das ist jetzt die Frage. Ich weiß nicht. Das war auf jeden Fall super lecker. So, was wir jetzt auf jeden Fall probieren werden, sind Piroggi. Das wurde uns ja auch angesagt. Und wir werden uns gleich mal ein Restaurant aussuchen hier irgendwo in der Nähe. Das ist wie, jetzt wird man den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sehen. Such mal ein Restaurant aus. Die Qual der Wahl. Und da ja alles am Meer stattfindet, hast du immer irgendwo den Zugang dann zum Meer. Guck mal rüber. Überall Promenaden. Sieht auch nicht schön aus. Schau mal hier auf der Kamera. Ja, schön. Wow. Dann dieses Tor. Das Gebäude da hat es mir angetan. Mit den drei Löchern. Welches? Da oben das. Das kleine da links daneben. Mit den drei Löchern. Jetzt gehen wir in die mediale Hölle. Denn wenn man durch dieses Tor durchgeht. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Annähernd so schön ist wie die hier, oder? Doch. Aber Hamburg kommt nicht ran. Nee, aber Brügge. Ja, Brügge. Aber die hier ist irgendwie wie Brügge mal sehen. Einfach, weil sie so riesengroß ist. Es ist alles ein bisschen weiter, weitläufiger. Nee, aber sehr schön. Ach so, hier werden Fotos gemacht. Das ist interessant, dass deine Hunde fotografiert werden. Und auf einmal... Ja, guck mal, das Mädel rechts. Let's go. Wenn du hier ein Foto durchmachst, wir können das ja mal simulieren, zusammen mit Oskar. Dann bist du genau vor dem Tor. Wow. Das ist dann Fröhlichkeit nicht mehr zu verbieten gewesen. Ja. 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 Matthias Turm, er wurde... Aber das ist nicht die Marienkirche, oder? Nee, das ist nicht die Marienkirche. Nee, das ist nicht die Marienkirche. Das ist verwirrend hier. Aber da geht's jetzt gar nicht drum. Es gibt eher so ein bisschen so den Eindruck, wenn du hier durch die Straßen schlenderst, von einer der schönsten Städte Europas. Ich suche nur mal ganz kurz, wenn ich jetzt hier Restaurant... Das interessiert mich jetzt doch mal, was so die Bewertungen sind. Und... Mal gucken. Wie kriegt man das hin, dass man das hier... Ah, jetzt. Ah, geht aber eigentlich voll klar. Also keine Touri-Fallen. Du hast ja ganz auf den solchen... Ich verlieh alle mit einer richtig guten Bewertung. Hier 4,7, 4,4... Macht's jetzt nicht einfacher. Ich hab gedacht, die sehen nur gut aus. Ist da irgendein Restaurant unter 4? Mh... Nee. Ich hab vorhin mal gesehen, dass da ein Café war mit 3,4. Die haben dann aber auch echt gelust. Die können zumachen. So ungefähr. Da du beginnst bei uns in Deutschland erst gut zu... Ja. Na, da müssen wir mal gucken. Ich weiße langsam. Achso, es entwickelt sich ein Hüngerchen bei dir. Ach, genau. Ich stell mir das Ganze gerade vor an Weihnachten. Mhm. Wir müssen bestimmt einen großen Weihnachtsmarkt hier haben. Ja, jetzt ist ja Hochsommer. Aber an Weihnachten, hier mit Weihnachtsmarkt der ganzen Beleuchtung. Das hier ist ja jetzt schon so ein bisschen durchgestylt mit Hunderttausenden von Lampen. Mhm. Und indirekter Beleuchtung hier. Guck mal hier hoch. Wow. So mega. Und der Himmel. Schau dir mal den Himmel an. Hier durch die Kamera. Ja. So, Oskar kommt. Dann gehen wir mal Richtung Eiscreme. Du hast dir gewünscht, ein großes Soft-Eis, das so groß ist, dass es mindestens 10 cm aus dem Becher rausragt. Genau so habe ich mir das vorgestellt. Das hast du gesehen? Ja, ich habe es eben gesehen. Gut. Dann schauen wir mal, wo es ist. Bis wir es herbekommen. Hat es dir geschmeckt, Oskar? Ja, klar. Was hast du denn gehabt? Ich hatte Piroggen. Piroggen? Ja. Wie würdest du die beschreiben, die Piroggen? So Ravioli. Ja, so Ravioli halt nur in Sauer. War das Sauer schlimm? Es ging. Also, man muss es mögen. Sehr schön. Ja, große Kirche. Kannst du die Uhrzeit lesen? Kurz vor 10. Die Attentäter des Spiels. Das kennst du? Ja, ich glaube, du meinst diese Version von New York. Bei New York. In den 1930er Jahren. Also egal, wo du reingehst. Hier jede kleine Gasse, die hat was, oder? Ja. Ich sag dir, jede kleine Gasse hat was. Überall Bars und... Die, äh, zu viel mit Pflanzen arbeiten. Das hat irgendwie manchmal auch schon so einen südländischen Farben, wenn ich... Überall Pflanzen, überall. Stehen, ja. Und überall, überall so kleine Bauwerke. Ja, genau. So unscheinbar, oder? Unscheinbar. Guck. 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 So, wir suchen einen Sohn. Einen... Oder einen Bruder. Guck. 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 so habt ihr ungefähr ein gefühl wie groß die ist ich krieg sie nicht drauf aber ein ganz schöner klotz ich kann gar nichts es ist irgendwie so weit weg ich kann so ein paar wörter kann ich her leiden wenn du so genau hinguckst aber nicht so viele so jetzt gehen wir da runter warum hat man früher eigentlich so riesige gebäude gebildet ohne ohne inhalt welche gebäude kirchen so eine basilika ja die kirche ist mal kurz überlegen das hat ja sowas sowas monumentales und die leute haben ja auch früher ablassbriefe zum beispiel gekauft hast gewusst ablassbriefe du konntest also dich von deinen sünden freikaufen und da gab es ja auch ein statement ist ja so ein statement wenn du hier so drin bist wobei ich bin kein theologe also fragt fragt mich nicht ich warte mal messdiener in der jugend die haben ja meistens schon keine stockwerke die zahlen ist 1 so unser sohn ist weg aber das hier sieht doch cool aus ne was aber ich glaube hier sind wir auch vorhin durchgelaufen das sieht so jetzt finde ich sieht aus wie bei harry potter so ein bisschen die deutsche version ach stimmt wir sind jetzt in der bernsteinstraße so ich mache ein bisschen weniger licht und überall überall kannst du draußen sitzen an hunderten von plätzen das hat mich von anfang an fasziniert als ich hier durchgegangen bin ja und mich auch vor allem alle fenster offen sind ja und sie sehen so aus als wenn sie irgendwie krumm und schief sind es aber gar nicht sie stehen nur auf ganz wenig krumm geschmierer hast du hier graffitis und so hier sind ja überall diese alten segelboote da ist auch so ein siehst du da die form über den neben der haustür oder das ist kein siegebot doch oder das ist ein schmetterling schmetterling ich weiß es nicht könnt das jetzt nicht sehen was ihr gerade gesehen habt aber was ihr sehen könnt sind die das sind die regen rinnen die dann auf die straße laufen hier ich hoffe ihr könnt das sehen und überall münden dann die regen rinnen hier auf der straße ich finde es ist ja wie früher guck mal hier die straße da ist ja nichts irgendwie groß kaputt gemacht worden mich jetzt mal interessiert wie das früher war mit den pferden und stehen den segelbooten zumindest war eins klar dass die unteren stockwerke das öfter mal überschwemmt worden sind denn das gesehen also alles ist hoch gebaut nichts ist hier jetzt bin ich mal gespannt wir gehen gleich unten runter da geht es ja in richtung hafen da wird es auch gleich wieder ein bisschen voller selbst der geldautomat sieht gut aus guck mal das ist der bankomat den haben sie eingepackt in so eine holzkiste und im betonsockel aus gutem grund also ich muss meine meinung über polen mal komplett revidieren hatte ja so früh als kind immer so ein bisschen eingetrichtert bekommen dass alle sachen die irgendwie gestohlen werden in deutschland irgendwie polen landen und das ist natürlich großer quatsch die landen jetzt alle in weißrussland aber ist ja wirklich so als kind hast du gesagt bekommen hier musst du schon aufpassen dann dein fahrer das steht dann in polen später weil das totaler quatsch ist die lachen sich heute darüber tot ich will zum beispiel auch schöne berge hand lage berge die richtig richtig geile fleckchen wo man wandern gehen kann ja ich glaube eher ein bisschen weiter unten in richtung breslau das ist eigentlich auch nichts von dem was ich im kopf habe ich empfohlen denke wenn ich ehrlich bin so jetzt sind wir am hafen wieder durch dieses tor musst du gehen und ein teil der hafen promenade bei nacht ich glaube ich habe schon das gefühl nach zwei tagen ich kenne mich ein bisschen mehr aus ja das stimmt aber nicht ganz so voll wie vorhin also mein tipp ist ganz klar hier plant mal für danzig vier tage ja bestimmt ich wette wir haben bisher wahrscheinlich zwanzigste gesehen von dem was so zu sehen gibt das ist schon echt cool so ich denke wir gehen wir gehen mal zum auto zurück tschüss danzig tschüss sagen aber ich nehme euch noch ein bisschen mit hier auf die tour die nächtliche tour durchs hier wird gearbeitet ihr müsst ich habe schon zehn mal gesagt im video ihr müsst nach 20 kommen das ist jeder reise wert und es ist es ist im vergleich zu deutschland relativ günstig frischer fisch hier goldwasser hast du gesehen an fast jedem haus hast du deutsche endschriften das ganze hier war ja bis zum zweiten weltkrieg bis zum ende des zweiten weltkriegs aus preußen aber der haltungszustand ich war noch nie hier ist sensationell ein ganzes und er kann mich auch haben keine chance wir fahren weiter denn wir müssen ja morgen in ein anderes land nach letta Mittern ich habe noch nicht mal angehalten vielleicht einmal du bist durchgefahren Nehmen wir mal irgendeinen Ort in Litauen. Ich glaube Kauner. Kauner. Oder Kauners. Okay. Ja, nimm es nicht. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob das die Hauptstadt ist. Wir werden es erfahren. Ist das Klein-Litauen? Das ist jetzt nicht so groß. Und danach? Ich würde sagen, so wie Estland und Latland. Ich glaube, ein bisschen größer als die beiden. Danach kommt schon Lettland, wo du wohnst. Danach kommt... Ich glaube, Riga ist nicht weit davon entfernt. Also heute, als wir in Zopport waren, also an dem Badeort, gibt es ein eigenes Video. Da hatte ich das erste Mal das Gefühl von Urlaub. Es war so irgendwie alle so entspannt. Eines der neueren Wahrzeichen von Danzig ist diese Klappbrücke. Die einfach hochgeklappt werden kann. Da gehen wir jetzt drüber. Und sie ist dann ab hier. Also hier vorne sind die Tore. Die gehen automatisch zu. Das ist auf der Seite. Und dort hat man zwei Richtungen eingerichtet. Die rechte Seite ist dann hin und die andere Seite zurück. Und die Brücke steht fast 90 Grad im geöffneten Zustand, sodass die Schiffe dann hier reinfahren können. Da ist der Blick auf die Innenstadt, in der wir eben waren. Und jetzt geht es Richtung Wahrzeichen. Hier ist so ein kleiner Rummel aufgebaut. Johnny, rechts. Johnny wird gerne aufs Riesenrad. Ja, irgendwann mal. Irgendwann mal. Wir müssen mal gucken, was das kostet. Komm, wir gehen doch mal hin. Das lohnt sich doch für ein Video. Boah. Nee. Das ist mit dem Super-Weitwinkel immer schwierig. Ja, aber das ist die ganze Stadt mit dem Super-Weitwinkel. Ja gut, dann geht mal am besten hin und geht mal ein bisschen näher ran. Das ist aber süß. Da vorne ist sogar ein Knopperauto. Und hier ist es das Fotomotiv Nummer 1. Also jede größere Stadt der westlichen Hemisphäre, die ein bisschen was auf sich nimmt oder auf sich zählt, hat ein großes Schild. Und da sind wir gerade dabei. Das Danzig-Schild. Komm, stell dich mal dazu. Warte mal kurz. Ich muss mal ganz kurz hier rüber gehen. Ich gehe mal gerade in die Mitte, John. Das müsste eigentlich gehen. Ja, es geht drauf. Dank des Super-Weitwinkels muss man gerade einen Schritt zurück gehen. Warte mal einen Schritt zurück. Und klappt. Jawohl. Oskar, magst du mal halten? Gerne. So, und ich gehe mal nach vorne. Und das A auf die andere Seite. Hallo, John. Hi. Ich lehne mich mal so an. So, jetzt darfst du mal zu uns kommen, Oskar. Langsam. Die große Doku aus Danzig. Weiter geht es nach Litauen. Fahren wir jetzt, oder? Genau. Nach Litauen. Das Riesenrad. Jetzt entscheidet natürlich der Preis über den Spaß. Guck nicht so. Dann müssen wir doch bei YOLO. Das ist eine Achterbahn. Das ist eine Achterbahn. Oh. Oh. Ich hätte ja eigentlich noch mehr Bock drauf. Nee. Das Riesenrad ist noch besser. Die dreht sich sogar um sich selbst. Da kotze ich dir aber auf den Boden. Jetzt soll ich auf die Hunde aufpassen, ist die Frage. Ich kann ja auch auf die Hunde, die ihr fahrt. Das ist eine gute Idee. Nee, ich finde das besser. Achterbahn ist besser. Achterbahn ist cooler. Achterbahn ist günstiger. Deswegen machst du es nicht. Und zu guter Letzt mussten die beiden noch auf die Achterbahn und Johnny hat ihr Handy dabei, filmt ein bisschen mit. Und ich weiß auch jetzt, warum unsere Hunde hier so umlagert sind in Polen, weil uns gerade eben zwei polnische Frauen erzählt haben, dass sie eine spezielle Genehmigung brauchen, um solche Hunde zu besitzen. Und das haben wir gar nicht gewusst, weil sie offenbar für Rennen eingesetzt werden und diese Hunderennen dann irgendwie verboten sind. Keine Ahnung. Hat sie zumindest mal gesagt, ja. Und unsere kleinen Windhunde wohl dazu missbraucht werden. Auf jeden Fall haben wir noch nie einen gesehen hier. Und die Leute, die kamen keine zwei Meter weit. Ja, es geht los. Die drehenden Holzfässer. Oh ja. Krass. Ihr seht das jetzt mit A-B-Kamera. Schöner Abschluss hier in Danzig. Das ist das mit A-B-Kamera. So, und vorbei. Mal gespannt, was sie sagen, wenn sie gleich rauskommen. Also, wo ihr gerade dabei seid und es geschafft habt, vielleicht bis zum Ende zuzuschauen, abonniert und wir freuen uns über jedes Abo. Eure Kommentare werden fast alle gelesen. Also, wenn ihr irgendwas zum Kommentieren habt, macht das bitte. Und jetzt müssen sie gleich rauskommen. Oder sie dürfen noch mal fahren. Nee, sie kommen raus. Und wie war's? Wie langweilig. Wie langweilig. Die Verteilung haben wir schon gemacht. Hast du mitgefilmt? Er hat gesagt 5. Genau, 5. Ich hab gesagt 4. 5 von 5. Nee, von 10. Ah, 5 von 10. Es ist nicht schnell genug geworden. Ansonsten war's lustig. Es war ein guter Abschluss. Willkommen in Polen. In Danzig. Jetzt geht's zum Riesenrad. So, wenn ihr beide euch mal nebeneinander stellt. Es war ziemlich cool aus, die auch da waren, oder? Tschüss sagen. Tschüss. Lauter. Tschüss.